So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und meine Stimme ist ein bisschen weg, ein bisschen heißer, ein bisschen kaputt, ne? Ich frage mich, was das heute Abend werden soll bei Chill mit Ramses, aber gut, da ist ja eh nur Chillen angesagt, da muss man ja nicht reden, da gibt's wieder lecker Bierle, das beruhigt die Stimmbänder, sagen wir's mal so. Und wir haben ein Thema, denn das Halloween-Event rückt immer näher, Halloween rückt näher, der neue Raid-Boss rückt näher, neue Pokémon, vielleicht neue Shinies, Galaponita, Makabaya vielleicht auch in seiner Gala-Form, es sind so viele Gerüchte wieder mal im Umlauf, so viele Sachen. Ein kleines Video auf der offiziellen Niantic-Seite, beziehungsweise bei Twitter, hat gezeigt, Makabaya, Gala-Makabaya wird auf jeden Fall kommen. Ich wusste bei dem Video zwar nicht, was da auf Gala hindeuten soll, du hast einfach nur einen Schatten gesehen und Makabaya sieht ja sowieso komisch aus und das Gala-Makabaya sieht halt dann genauso komisch aus, aber die Leute haben ganz genau erkannt, das ist Gala-Makabaya. Jetzt sind wir mal gespannt, denn die Kollegen von GoGames, die mich aus ihrer Gruppe geschmissen haben, haben mal wieder einen netten Artikel zusammengesucht über den aktuellen Data-Mine, ein Nachtrag, was noch alles so zu erwarten ist. Auch Kripphock da ein wichtiges Thema. Kripphock gab's ja bisher zweimal aus einer Spezialforschung. Leute haben damals schon gesagt, Kripphock Spezialforschung und das nächste Jahr gibt's vielleicht dann Shiny Kripphock aus der Spezialforschung, aber wenn das nur einmal erhältlich ist aus der Forschung, dann in dem Jahr und einer kriegt ein Shiny und einer nicht, ist das ja wieder total unfair. Zum ersten Mal könnte es vielleicht also sein, dass Kripphock wild erscheint in einem Halloween-Event und dadurch Shiny eingeführt wird. Das wäre natürlich eine richtig coole Sache, aber das sind zum großen Teil einfach nur Spekulationen bzw. Gedankengänge. Wir überfliegen mal kurz hier dieses Inhaltsverzeichnis, gucken mal, was hier so dasteht. Zum kommenden Halloween-Event entdeckten die Data-Miner-Sachen wie zum Beispiel Ogna-Toll und neue Angebote für den Shop. Ogna-Toll ist ja die Weiterentwicklung von Gala Makabaya, ich weiß gar nicht mehr wie das andere, Makabaya und Echnatoll, genau. Makabaya, Echna-Toll, aber Gala Makabaya wird zu Ogna-Toll. Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Toll. Na, Yannick versucht jedoch seit einigen Versionen das Data-Mining zu unterbinden und verschleier den Code. Ja, würde ich auch machen. Sie sollen doch einfach mal abwarten, was kommt, was kommt, kommt und vorher immer spekulieren, das bringt doch alles nichts. Trotzdem gucken wir uns natürlich die Data-Mines an. Neue Pokédex-Einträge, der neue Pokédex-Eintrag für Ogna-Toll, die Entwicklung von Gala Makabaya wurde bereits entdeckt. Nun kamen noch weitere Pokémon zum Vorschein. Und ihr könntet euch jetzt hier diesen Text durchlesen und dann seid ihr geistig verwirrt. Oder ihr guckt euch dieses süße kleine Einhorn an und sagt, ach süß, da steht nämlich Gala Bonita plus Gala Galoppa. Gala Galoppa? Hast du auch schon ein Gala Galoppa? Ein Shiny Gala Galoppa? Nein, aber auf jeden Fall, Gala Bonita, das ist ja, da sind die Leute ja komplett ausgerastet, als sie Bonita Galoppa in der Gala-Version irgendwo gesehen haben. Haben schon ewig drauf gewartet, dass das eingeführt wird. Jetzt könnte es vielleicht doch kommen, vielleicht zu Halloween. Passt das zu Halloween? Sieht jetzt nicht gefährlich und böse aus, aber es ist eine andere Form. Es ist theoretisch wie eine Verkleidung, wenn sich ein Bonita verkleidet. Und Gala Makabaya wird ja auch nochmal aufgeführt. Es liegt bereits auf der Hand, dass Gala Makabaya vermutlich zum Halloween-Event im Pokémon Go veröffentlicht wird. Ob jedoch auch die Gala-Form von Bonita zeitgleich veröffentlicht wird, ist noch fraglich. Was sagt ihr? Wird Makabaya kommen? 99% ja. Wird Gala Bonita kommen? 50% ja? Nein? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt. Halloween-Pose, das ist auf jeden Fall auch richtig wichtig und nützlich. Wie sieht so eine Halloween-Pose aus? Vielleicht steht man dann so da, mit einem unsichtbaren Messer in der Hand, so. Pokémon, dann will den anderen, aber ja. Neue Avatar-Kleidung wird es auch geben wohl. Also wurde gefunden, dass das eingeführt werden könnte. Irgendwann in 100 Jahren. Ein Gengar-Overall. Nachdem ich schon eine Gengar-Mütze, einen Gengar-Rucksack und ein Gengar-T-Shirt hatte, wird es dann einen Gengar-Overall geben. Wenn der Overall mit Kapuze ist, hätte es sicher die Mütze ganz erledigt. Jetzt habe ich die umsonst gekauft. Ich will mein Geld zurück, Niantic. Ich sage euch, Barnett-Maske, Pikachu-Maske, Zubiris-Maske, Zubiris-Brille, Makabaya-Zylinder. Aber wenn ich schon höre, Zylinder. Scheinux sollte auch im Zylinder kommen in die Raids. Und dann hat es nur so eine Melone aufgehört. Wenn die jetzt sagen, Makabaya-Zylinder, denke ich, zack, zack, fertig. Und dann kommt so, was Zylinder, was Melone ist, da gehen die Meinungen wohl auseinander. Grauen Tundra-Kleidung. Am 22. Oktober erscheint das zweite DLC für Pokémon Schwert und Schild. Passend zu diesem neuen DLC wird es in Pokémon Go Avatar-Kleidung geben, die den Outfits der Charaktere im Spiel nachempfunden ist, sind, haben. Gut. Helm, Uniform, Handschuhe, Tasche, Schuhe. Am 22. Meint ihr, dann geht vielleicht das Halloween-Event schon am 22. los. Zusammen mit den Sachen, zusammen mit dem Rest, mit allem weiter. Oder es wird einfach Kleidung released, die ihr an dem Tag kaufen könnt. Ja, für viel teuer Geld. Halloween-Spezialforschung, das ist auch auf jeden Fall wichtig. Passend zum Halloween-Event gab es in der Vergangenheit bereits die Spezialforschungen. Eine gruselige Nachricht. Und eine gruselige Nachricht 2019. Nun wird es laut Datamine auch im Jahr 2020 eine Spezialforschung mit dem Titel Es Boogie Message Unmasked. Eine gruselige Nachricht demaskiert geben. Die Spezialforschung umfasst insgesamt vier Teile, deren Dialoge wir hier für euch übersetzt haben. Die lesen wir uns jetzt aber nicht durch. Das könnt ihr machen, wenn ihr mal auf der Seite angekommen seid. Und dann seht ihr auch, aus dem Dialog geht hervor, dass Gala Macabaya definitiv zum Halloween-Event erscheinen wird. Und es sich auch entwickeln kann. Nämlich zu diesem komischen... Obwohl... Dazu? Das sieht doch eher aus wie... Krypuk. So ein Stein, wo so ein Geist rauskommt. Aber gut, viele Pokémon haben Ähnlichkeiten. Egal. Gala, Krypuk guck, genau das war auf dem Bild zu sehen. Spaß, alles gut. Ähm, je nach Interpretation des Dialogs könnte Krypuk erstmals auch wild in Pokémon Go erscheinen. Ob nun zwei Jahre, ob nun nach zwei Jahren auch die schillernde Variante ins Spiel kommt, ist offen. Was sagt ihr? Scheine Krypuk zu Halloween? Würde ich auf jeden Fall cool finden. Wild. Cool. Passend. Halloween. Kann kommen. Mega Energie. Das ist auf jeden Fall... Das ist richtig genial. Das wird viele Leute jetzt erfreuen und die Mega-Entwicklungen vielleicht doch wieder ein bisschen schmackhafter machen. Die Mega-Energie wurde in die Tabelle der Items aufgenommen, die als Belohnung für bestimmte Aktivitäten im Pokémon Go erhalten werden können, darunter Pokestops, Raids, nicht nur Mega-Raids, Kumpelgeschenke, Go-Battle-League-Belohnungen und so weiter. Dies ist zwar keine Garantie, dass Mega-Energie über all diese neuen Wege erhältlich sein wird. Der Grundstein ist jedoch gelegt, sodass Mega-Energie künftig theoretisch auch über neue Wege gesammelt werden kann. Und das ist ja das, was ich schon immer gesagt habe, wenn es schon Mega-Energie braucht, die man sammelt, die man nutzt, dass man dann entwickelt und die Pokémon dann wieder schrumpfen und eingehen, dann lasst doch bitte Mega-Energie aus normalen Raids kommen, die man einfach generell auf jedes Pokémon anwenden könnte. Denn wer viel raidet, kriegt die einfach nebenbei. Aus den Fünfer-Raids, wenn man da den neuen Raid-Boss plättet, sammelt zusätzlich Mega-Energie, die man irgendwann auf ein bestimmtes Pokémon anwenden kann. Aber ich persönlich habe schon immer gesagt, ich habe keine Lust, permanent Mega-Turtog zu raiden, zu raiden, zu raiden. Wenn ich mal wieder eins entwickeln muss, muss ich jetzt wieder 20 Turtog-Raids machen, damit ich es mal entwickeln kann, so gefühlt. Also die raidet man mal aus Spaß, auch mal um die zu zeigen, aber an sich möchte ich Fünfer machen und keine Mega-Raids. Wenn der Mega-Raid neu ist, okay. Diese Tatsache, dass ihr die jetzt also vielleicht auch an Pokestops erdrehen könnt oder aus Kumpelgeschenken bekommen könnt oder eben auch aus der Go-Battle-League, das sind auf jeden Fall neue Wege, die das Ganze wieder attraktiv machen. Meiner Meinung nach, wie ist eure Meinung dazu? Der Artikel ist auch zu Ende. Und ihr seht im Gegensatz zu vielen anderen YouTubern, ich will nichts gegen Hong sagen, aber wenn ich bei Hong mal ein Infovideo gesehen habe zu irgendwas, nach jedem zweiten Wort war ein Cut, war ein Schnitt und der Ramses, der sitzt hier, der redet einfach am Stück alles und ja, das passt. Da muss nichts geschnitten werden, da wird sich nicht versprochen, da wird nicht rumgehaspelt irgendwas. Das nur mal so, um mir selbst auch mal auf die Schulter zu klopfen und zu zeigen, was alles möglich ist. Das hat meine Mutter schon immer gesagt, die, was macht denn der, wenn die immer Hong geguckt hat, die Mama hat immer Hong geguckt, immer gesagt, guck, der redet und dann Cut, du siehst richtig, Schnitt und dann zwei andere Worte und wieder Schnitt. Wie ist das im Original? Wenn der da sitzt und redet, macht er dann, so Leute, jetzt aber die News. Und dann immer das zwischendurch raus, dass das so Leute, jetzt aber die News und dass das alles so, vielleicht wirkt das dann auch dynamischer, hektischer und nicht so leger, aber ich finde, leger ist das auch in Ordnung, das wirkt dann nicht so überreizt für die Zuschauer. Sind wir schon wieder bei 10 Minutes angelangt, das Pikachu freut sich auch immer noch, ich bin mal gespannt, Was sagt ihr zum kommenden Halloween-Event? Denkt ihr, es wird Shiny-Krypuk geben? Wird es Punita geben in der Gala-Version? Würdet ihr euch freuen? Was fändet ihr heftiger Punita-Krypuk? Freut ihr euch auf Makabaya? Schreibt es mal in die Kommentare und habt ihr Bock, Mega-Energie auch anders zu verdienen? Wie findet ihr das, wenn das reinkommt, wirklich, dass ihr keine Mega-Rades unbedingt mehr machen müsst, sondern auch aus allen anderen Rades, die ihr macht, Mega-Energie bekommen könnt? Ob die dann spezifisch ist oder allgemein auf jedes anwendbar, was eigentlich gar nicht funktionieren könnte, glaube ich. Lassen wir uns überraschen, sehen wir in der Zukunft. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend schon wieder, 20 Uhr, chill mit Ramses, da wird auch das Pikachu verlos. Und, ja, hier ist der Marius gerade angelaufen gekommen. Willst du mal kurz deine, ja, wie so ein... Hallo, ich bin der Marius. So, schön. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses.